Ich hoffe, es stört euch nicht. Machst du ein Video oder Bilder? Ne, ist ein Video. Oh, wunderbar. Noch mal, der 1 hat mir gar nicht gefallen. 1 wieder? Ne, aber das war kein weicher Stoß. Das war richtig hart eingehört. Das war noch kein weicher Stoß. Also, damit haben wir das Spiel. Und 1, das ist das Ding, das ist hier. Ohne wirklich mal das Lagen raus. Und lass dir die Hände in der Hand fallen. Das ist ein Lichtes, das ist übelst und vorderlich. Lichter, dann müssen wir das tun. Und noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Das ist erst mal jetzt eine weiche Stoß gewesen. Und vorher hast du immer so einen schlagen. Ist das aufgefallen? Du hast aber nicht ganz, dass du dir den Finger ausgeholt hast. Nur ein Zentimeter weniger. Dann bist das sozusagen. Wiebeart es?